Servus Leute, herzlich willkommen auf meinem Kanal. Das Video heute ist ein ganz kurz und das nutze ich für eine private Werbung. Schaut auf meinem zweiten Kanal, Sturkopf TV. Ab heute basieren da drauf Videos. Ich kriege so unwahrscheinlich viele Produkte, was irgendwie im Großen und Ganzen mit Elektro zu tun hat. Und die werde ich in Zukunft unboxen, reviewen, bewerten, testen, ausprobieren, kaputt machen, was auch immer. Da geht es nicht um irgendwelche Vorschriften, sondern um Produkte, die ich einfach nur unaufgefordert geschickt kriege. Aber auch Kooperationen und das meiste, was ich mir natürlich selber kaufe. Und das möchte ich auf dem Kanal vorstellen. Auf dem Kanal geht es recht kritisch zu, aber natürlich mit viel Witz, Humor und Sarkasmus. Auf dem Kanal werde ich in Zukunft ganz viel Produkte testen, Reviews machen, Unboxings, so oder so. Aber natürlich auch sehr kritisch Dinge kritisieren, die in der Welt ja so passieren und die mir nicht passen. Also immer kritisch, immer hineinschalten. Viel Spaß. Ich verlinke unten den Kanal einmal. Das ist mein Kanal Sturkopf TV. Da geht es eben um Reviews, Unboxing, aber auch was ja so in der Welt passiert. Immer kritisch, immer hineinschalten. Also Leute, das zeig ich nicht verarschen. Bis zum nächsten Mal. Fiat euch Servus. 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 Fiat euch Servus.